Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, am 27. September stimmen wir über das revidierte Jagdgesetz ab. Es kommt zur Abstimmung, weil Naturschutzverbände das Referendum ergriffen haben. Bundesrat und Parlament empfehlen, der Vorlage zuzustimmen. Das geltende Jagdgesetz stammt von 1985. Damals gab es bei uns keinen Wolf mehr. Ende 2019 hatten wir rund 80 Wölfe, Ende dieses Jahres werden es wahrscheinlich schon über 100 Wölfe sein. Das ist erfreulich. Wölfe gehören zur Natur. Allerdings kommt es immer wieder zu Konflikten. Jedes Jahr reissen Wölfe zwischen 300 und 500 Schafe und Ziegen. Die kantonalen Wildhüter sollen darum künftig in ein Rudel eingreifen können, bevor die Wölfe Schäden anrichten. Das ist die erste wichtige Neuerung. Der Wolf bleibt aber eine geschützte Tierart und die Wolfsrudel bleiben erhalten. Wildtiere brauchen Rückzugsmöglichkeiten. Deshalb schützt das revidierte Gesetz die natürlichen Lebensräume der Tiere besser. Das ist die zweite wichtige Neuerung. Die Lebensräume werden vor Verbauung bewahrt und mit Wildtierbrücken und Unterführungen verbunden. Und es gibt zusätzliche Gelder für fast 80 eidgenössische Schutzgebiete. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, es hat unser Land immer wieder ausgezeichnet, dass wir Kompromisse für die ganze Schweiz finden. Mit dem revidierten Jagdgesetz ermöglichen wir ein Nebeneinander von Mensch und Wolf. Und wir stärken den Schutz der natürlichen Lebensräume. Bundesrat und Parlament sagen darum Ja zum revidierten Jagdgesetz und empfehlen Ihnen, der Vorlage zuzustimmen.